Ey, wenn dieses Fenster mich noch einmal blockt, dann werde ich richtig aggressiv. Ja, wurd wohl nicht. Harschloch. Der kommt eh von hinten. Ja, wurd wohl nicht. Harschloch. Der reißt eh nichts mit seinem 0-2. Easy, fick. Der kommt eh von hinten. Ja, wurd wohl nicht. Ist er da? Der ist jetzt locker hier. Um was wetten wir? Och Mann ey. Warum würde ich denn den ganzen Weg gelaufen, wenn der mit seiner scheiß P90 kommt? Du Arschloch. Guck dich an. Ich geh im Pool. Habt morgen auch Schule. Leute, man, ihr tut mir mega leid. Ganz ehrlich. Schule ist scheiße. Und Arbeit ist auch scheiße. Ist einfach so. Obwohl es gibt gute Arbeiten. Was würde ich gerne... Okay, lass doch was sein. Ja. Aber irgendwann wird's kommen. Irgendwann läuft YouTube nicht mehr und dann... Nein! Du Arsch! Du fickendes Pimmelficker! Pimmel sich! Ja! Danke! Ich geh! Ich geh! ein guter Job im kopf wieder irgendwelche kack sachen ich habe keinen rang ich bin unrankt wie gesagt ich habe ewig lang nicht gespielt na denkst du du kannst uns mit mir aufnehmen ich nehm dich so auseinander wohin willst du hast du gesagt was in der nähe ist was wohin will ich die kraft deine donation nicht aber trotzdem danke für die spende was wohin willst du hast du gesagt dass ich hab dich wirklich nicht was du willst investiert in crypto währungen zum beispiel ethereum junge wie kann man zum mikro spielen ich will auch in crypto währungen investieren aber wisst ihr was ich dafür machen muss ich muss ich muss mich endlich ummelden weil man braucht da immer so eine echteils verifizierung aber wie lange soll ich hier noch rumlaufen die kraft ist das geil investiert in crypto währungen wird sich lohnen genau ich verstehe was du willst du willst jetzt hast alle in ethereum investieren damit du schön auszahlen kannst ja noch mal was wo du wohnst von mir dankeschön foxy für zwei euro nein keine ahnung eigentlich bin ich mit der maus zufrieden und die ein zweimal die ich jetzt counter strike spiele ja dankeschön hier ah geiles team alter main team ma Was? Was für Auszeit? Wieso Auszeit? Okay, wenn sie es wollen. Wieso haben wir jetzt eine Auszeit genommen? Muss er pissen oder was? Was war dein Rang? Ich glaube, ich hatte einen AK-Rang oder sowas. Keine Ahnung. Nichts hohes. Also als letztes. Alter, ist das geil! Das, was eine eine Stunde von dir weg ist. Ach so, was eine Stunde... Du meinst die Dreamhack? Ach so. Ja, die Dreamhack. Da gehe ich vielleicht hin. Das ist am 26. oder so. Keine Ahnung. Hier. Alter, ist das geil! Investiert lieber in XRP bei Kryptowährungen. Doppelpunkt, runde Klammer. Naja, Mann. The fuck? Was hat der für Probleme? Au! Es hat mich geblendet! Alter! Huuu! 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 ich hoffe du merkst du mein namen wird mehr kommen okay merke ich mir dankeschön für 2 euro ich kaufe einfach nichts ich habe so viel geld mal halt doch mal die fresse mit deinem rausch mike mann alter ich raste gleich sowas von aus da ist ja niemand ich habe mir alles nur eingebildet ich glaube ich muss eingewiesen werden wie findest du den youtuber fifa biet sekadie od kennt doch keine sau kommt ja doch nicht mit so 100 abonnenten kanal und tue so als ob ich den kenne merlin oster hat eine kleine möhre in der buchse edgy das ist wieder das ist so dankeschön für die spenden aber ach kennst du den youtuber fifa beat ach so weil er das so komisch vorgelesen hat sie sagt mir nicht wenn es regnet wird es nass ja ich finde xrp auch gut bin aber für ethereum ok unterhaltet euch gerne weiter kein problem middle two middle two please come to me i want killing you please come to me under 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 pass under pass i coming and kill you oh not not go away ah fuck 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 7. klasse gleich schule i gleich schule ist es drei uhr wo muss aber muss nur losfahren das ist das geil tanzi bist der beste youtuber oh das ist doch gut meinung du er ich bringe deinen song auf unseren panzer bruder dankeschön für die für die sechs euro und übernahme der kosten und joshy 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 krebs mach Es wach schickt mir ein video auf 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 twitter das wär mega galt das wär mein mega krasses video das ich voll feiern würde Nein, die hat mich gekillt, die hat doch an, die alte Dreckzau, du Mistmade, ich krieg dich. Komm dich auf seinen Bauernhof besuchen, wenn du irgendwo... Danke. Ja, die hat Aimbot an, die hat voll Aimbot an. Ich küsse deine Augen, mein Bruder Gottes. Ja, please, ey, please make a video on the Panzer from the German, ja, please make a video from the German tank, I want a video. Ganz ehrlich, schickt mir immer so spektakuläre Videos, weil, keine Ahnung, wenn ihr in irgendein Minen-Fail-Seite macht einfach so'n Snap von euch, yo, ich bin grad der Minen-Fail-Seite, einfach tot. Ach, die heißt Achie und das heißt Bruder. Ach so, okay. Danke. Also, ich hab' ich auch schon mal so ähnlich gehört, aber ich weiß nicht, ob das auch dieselbe Bedeutung für die das hat. Jedenfalls. Ja, das war schon nice. Puta-Mur, Puta-Mur, Puta-Mur. Du rettest mir die Nacht. Du rettest mir die Nachtdienste. Ja, du bist bestimmt so im Krankenhaus, guckst die ganze Zeit mit Kopfhörer mal streamen und währenddessen hat irgendwer so'n Herzfehler, das piept richtig laut und du hörst es nicht. Geil! Ethereum hat allein letzte Woche plus 50% Anstieg. Mann, das ist geil, ich würd' es haben. Okay. Erstmal 10.000 rein cashen. Ich hab' sogar 13.800 Dollar. Nobody is murder-looking. Stimmt, ich achte nicht drauf. Geil! Ich hab' auch mit mir vor. Willst du mit mir fighten? Do you want to fight... Fight me, you asshole? Ich versuch sie mir, man. Das. Stay und PAGE! St survey. Fuck. ich höre ich hab noch vier stunden soll ich schlafen keine ahnung aber auch tut weh da muss man drin dankeschön für das ganze geld hat mein gehalt bekommen nice digga arbeitslosen geld bekommen kann jetzt donaten was am achten normalerweise bekommt man das am ersten beziehungsweise am letzten des monats bruder aber dankeschön luciaro mod dankeschön für 10 euros aller ich finde es schlecht ja die machen halt die machen halt gar nichts aus dem game so das ist ein bisschen hallo ich will zurück die machen halt wirklich nach links das finde ich ein bisschen schade aber was soll man tun ich bin mal gleich mit bieber man hätte diese die sind dann auch viel mehr drin in diesem scheiß spiel als ich achtet hier so eine decoy hingesetzt ich mache jetzt ein kill habt ihr gesehen turn on dich fick ich auch noch bisschen gegner der kann ja nur hier sein der ist ja sonst umzingelt der spaß passt jetzt keiner folterlagen oder erst mal meine eigentlich müsste die doch jetzt hier ankommen kennst du bötz so weiß nicht was ist das ist eine gegend kauf dir nates beste turn on ever ja mann vielleicht ist da gar keiner alter ist das geil einschaltungszeichen 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 alter ist das geil hab letzte woche 800 euro rein jetzt sind knapp 1200 ja das ist nice alter ist das geil das ist nice grüße gehen raus an merlin doppelpiece kleiner als drei meinst du den merlin von rapp am mittwoch den habe ich voll gefeiert er hat zwar ein bisschen gelispelt und war genauso fett wie ich aber ich habe es gefeiert das ist das ist das ist danke für die spenden marco lino wenn du mir weiter spendest dann war es das mit deinem plus gewesen also dann hast du ja kein plus mehr regen die sich auf weil die ein game verloren habe ich will die nicht haben ist jetzt eh zu ende war nächste runde bieber wartet auf dich wahrscheinlich alle global elite oder sowas ich mache jetzt die augen zu und schieße einfach meine nicht oder ich mache die die ist ich kann die die es ich weiß es es oh man ich hab kein bock morgen auf baustelle spendet doch nicht nur geld was ja no from germany Alter, ist das geil! Nein, ich verstehe, was du laberst, Alter. Ja, ist okay, Bruder. Oh, stimmt, du hast recht, bin dann mal raus, Nacht. Jo, hau rein, danke schon für die ganzen Spenden. Unentschieden ist gleich schon mal safe, Bruder. Oh, er hat mich gekillt, weil ich einen One-Tap machen wollte. Aber ich feiere dich, ich mag das. Ich fühle mich immer geborgen, wenn so krasse Leute kommen und sagen, Jo, ich feiere dich. Ich denke mir so, okay, ich bin safe. Wenn denn so Leute sagen im Internet, ich bring dich um, das muss ja dann die andere Sorte sein. So, das sind dann die ganz kleinen, hoffentlich. Man, ey, geil, man, I don't know, worüber du talken bist. Am Talken bist. What the fuck? Auf einmal bin ich ja übelst du Profi. Genießt meine Tracks YouTube-Binde-Größe als Teilvolt und Syntag. Was ist denn jetzt los? Ich weiß, ich spiele Unranked, aber egal. Oh mein Gott. Gold Nova 1. Alter, ist das geil. Headshots in Space deiner Enemies, deine Josie. Ja, meine Josie. Ja, Gold Nova 1. Ich fick euch an. Alter, ist das geil. Copied. Lucario Mutz ist ein Lappen. Oh. Oh. So, Gold Nova, die Ränge haben sich ja verändert vom Aussehen hier. Alter, ist das geil. Hör auf, ich will schlafen, du Wichser XD. Digga, du wirst es nicht mehr erleben, dass ich aufhöre, weil ich bin gerade so, ich bin gerade so übertrieben gehypt, Alter. Every day, every night wird gesuchtet. Mann, was heißt denn wir? Was für Leute sind denn da jetzt bei euch? Wahrscheinlich mag ich die Hälfte nicht mal. Streamst du jetzt auch, oder nicht? Müssen wir mal gucken. Ist der online, oder lässt er mich verschonen? Der ist auch online, das ist ja scheiße, Alter. Jetzt erstmal in seine Lobby gucken, was für Leute da drin sind. Hä, wo ist denn der Ready? Die spielen doch die Säue. Die sollten ja keine Webcam an. Wenn ich das schon sehe, wie er den Kill gemacht hat, gar keinen Bock mehr. Ich bin viel zum Bad. Alter, ist das geil. Was denn jetzt was? Morgen wieder auf die Baustelle. Wieso stellst du mir denn die Frage, woher soll ich denn das wissen? Alle Tansi Hack reinschreiben. Okay. Ey, das wird mich doch schon ficken. Ich habe jetzt durch den Stream schon 300 oder 400 Abonnenten gemacht. Grüße gehen raus. Irgendwann geht YouTube down und alle YouTuber werden obdachlos. Ja, das wäre natürlich ein Problem. Zieh mal Paket, Alter. Alter, ist das geil. Lähl du mal CSGO. EHH erinnere da an, was Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Ja, woran erinnerst du dich denn? Alter, ist das geil. Aber danke schön, Blackwolf, für deine Spende. Mein schwarzer Kumpel. Fick ruhig, aber fick nicht den Fickhaar. Ich habe jetzt keine Ahnung. Oh, natürlich werden Hakenkreuze reingeschrieben. Die habe ich ja richtig vermisst. Lol, Alter, die gibt es noch. Als ob die es noch gibt. Ah, ah. Oh, fuck. Bahnstreik Crossfire. Yeah, that's so wild. That's so nice motherfucking Clan. Du hast 4.000 Zuschauer. Ja, das ist eine Menge. Das ist eine wirkliche Menge. Da hast du recht. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Warum sollte ich das jemandem schenken? Oh, jetzt soll ich auf irgendein Teamspeak gehen. Keine Sorge, Admin habe nur ich wegen IP. Ja, das ist ja das Schlimme. Das Betreten ist verboten. Was? Kann ich hier nicht sprechen? Ey, ich bin jetzt drin. Wie lange soll ich denn hier noch warten? Muss man das Game leiser machen, oder? Hä? Ne, doch, das sollte man hören, oder? Wenn man den Teamspeak jetzt leiser macht. Ne, wenn man den Teamspeak jetzt lauter macht. Ja, was ist denn jetzt? Soll ich jetzt hier warten? Hallo? Man hört sie nicht, weil ich noch nicht im Channel bin. Alter, ist das geil! Bananat auf YouTube voll der Lappen-Panzier-Seste. Hallo? Er braucht noch. Oh, Alter. Er braucht noch Wurz. Voll laut, Mann. Hört man mich? Wir sind gleich ready. Wir sind sofort fertig, wenn die, wenn wir jetzt nichts... So, jetzt kein. Hi. Junge, warum sind denn hier so viele Leute? Ja, wir spielen 8 gegen 8. Alter, ist das geil! Wo wir uns im Stream hennen gelernt haben. Ein Schaltungszeichen, ein Schaltungszeichen. Boah, Bananat. Wir will uns checken mit auch. Ich hab 3 AP. Ich glaub, wir werden wieder A gehen. Ich berhete Sand, drüber sauf. Bitte, Smog. Bitte, 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 geht rein. Ja, ja, hoffentlich. Das ist mir so... Melis, glaub ich. Bitte, step. Ich hab Börs! Mitte und Dings. Boiler, 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 Boiler. Lass mich pushen, lass mich pushen, Brotty. Also, die wissen alles, oder was? Ähm, lang durch. Leise, bitte. Leise, bitte. Leise. Okay. Crash hat. Crash hat, Crash hat. Einer kurz noch. Kurz und 3 Turo. Der andere kurz, kurz, einer kurz. Ja, was wird denn das jetzt hier? Wir haben's, wir haben's. Jetzt können wir. Jetzt können wir zucken. Auf geht's. Let's go, guys. Let's go. Oha. Erstmal schön reinstürzen. Jo, Kilian, bist du Gold 1 grad gerankt, ne? Ja, man. Ja, Etsy, alter. Ja, komm. Dann, dann gehen wir jetzt mal an die großen Boys ran. Ja, dann lad mich ein. Ja. Wir können jetzt sofort starten. Boah, was ein Match, ey. Das krass ist, wir haben die ganze Zeit getrollt. Die waren ultra bad, aber... Das ist immer scheiße, wenn zwei Streamer in einem Raum sind. Gön. Warum? Wie regelt ihr das? Reden ja einfach alle dazwischen? Nein, also ich zum Beispiel, ich mute mich immer, wenn ich irgendwie so mit dem Chat rede oder so. Also das ist echt schon easy. Also von uns streamen wir manchmal auch. Okay. So. Das ist an mich freuen. Jo, Kinsey oder Remix, einmal raus und dann können wir einladen. Oh, fuck. Ey, wenn ich zu laut bin, musst du mich leiser stellen. Kilian. Okay, minus 30. Ja, ist echt so. Ja, den musst du wirklich leiser stellen. Ich hab den auch auf Windows 25. Hallo, wie geht's? Ja, jetzt ist gut, danke. Jetzt ist gut. Jetzt ist wunderbar. So. Oh, das sind ja... Ja, oh, man hört mich. Rudak, mach mal, äh... Wie macht man das aus? Ach hier. Rechts unten, ja. Ja, das sind auf jeden Fall Ränge, mit denen ich mithalten kann. Das ist gut. Kannst du easy. Na, das ist ja schon mal... Oh, das... Das Ding ist, für dich kriegen wir so ne... so ne chillige Mit-Elo, glaub ich, so... Das ist wahrscheinlich so LEM oder so. Ja, na, das ist... Aber was warst du damals, so zur Hochzeit? Warst du doch auch... Ey, LE oder LEM, aber wirklich... Ja, dann kannst du... Ne, aber davor noch. Alter, ist das geil! Also, bevor das neue Rank-System rauskam. Ja, das ist so ein, zwei Ranks gedroppt, ne? Also, so DMG wahrscheinlich. Aber das geht schon. Okay. Da kommst du mit, klar. Okay. Na, dann mal gucken. Oh, dieser Sound! Ich hab den noch ausgemacht. Was ist das? Scheiße, ich kann den nicht bearbeiten jetzt. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, nochmal, ähm... so CSGO zu spielen? Einfach so, oder... Äh, ein paar Leute haben in den Chat geschrieben, dass ich spielen soll, dann hab ich gesagt, ich hab keinen Bock darauf und zwei Minuten später hab ich's runtergeladen. Kass. Ja, das krass ist, im Moment spielen immer, also wieder richtig viele CSGO. Das hat im Moment wieder... Also, ich weiß nicht, geht wieder langsam aufwärts. Okay. Ja. Naja. Ich halt nicht mehr so viel davon. Also, ich seh die Perspektive halt eher in PUBG, einfach schon von den Spielerzahlen hier. Keine Ahnung. Auch wenn mich das übelst an... nervt das Spiel manchmal. Ja, das sind halt zwei verschiedene Games, ne? PUBG ist halt, äh... Ja, PUBG ist manchmal lame. Da lootest du irgendwie, da, keine Ahnung, halbe Stunde lang und dann, äh, kämpft da irgendwo einer und dann bist du halt down und dann, ja, geil. Shit. Na, warte mal. Was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist denn Lions Army? Hallo? Lions Army. Huren Army. Okay, jetzt weiß ich. Also, es war auch irgendwie schon mal besser gewesen von der Zeit her. Das muss man hier so lange warten. Durch die hier jetzt. Weil es wahrscheinlich schwierig ist, die mit Elo zu finden. Wir können natürlich noch Maps dazu machen. Was kannst du noch alles so? Ja, so die Standard-Maps, die man halt gerne spielt. Soll ich Cash noch mit reintun? Ja, mach mal. Cash kannst du, oder? Ja, glaub schon. Aber ihr braucht mich jetzt, ich bin jetzt kein, äh, ich mach jetzt hier keinen großen Unterschied, so, ob ich jetzt die Map kenne oder nicht. So, ich denk mal nicht, dass ich bei dem Rang jetzt irgendwie alles verticke. Also, wenn wir Pech haben, kriege ich einen Togel. Also, wenn wir Pech haben, kriege ich einen Togel. Danke schon für 20 Euro, Lions Snipe. Jetzt verstehe ich erst, wer das ist. Als ob du so viele Zuschauer hast. Ich kenn dich doch. Ich war das einmal nachts bei dir drin gewesen. So, ich muss jetzt wieder entmuten. Sorry, ist natürlich kacke jetzt hier. Einfach mitten im Satz gemütet, aber ich habe eine Spende bekommen. Die hat Vorrang. Natürlich. Ja, eigentlich müssen wir relativ zügig Gegner bekommen, normalerweise, wenn das im Map-Pool ist. Aber wir haben halt auch halb vier, ne? Na und? Normale Zeit. Wenn das im Map-Pool ist, was könnte das wohl sein? Normale Zeit. Ja, ähm. 3.33 Uhr. Also, da kann ich gleich drin? Ja, ist ja nicht schlimm. Trägt Flashbacks vom Cage. Hä? What the fuck? Mann. Back to wait time. Two minutes. Nice. Wir haben schon eine Minute. Oh, oh. Mates, mates. Also, kam das jetzt bei dir vorher an? Keine Ahnung. Achso, ne. Ich habe das schon gesehen. Da steht immer so ein Text. Ähm, bevor der Button kommt. Okay. Ja, dann weißt du schon immer. Also, das sind auf jeden Fall schon mal keine Stream-Sniper, weil innerhalb von zehn Sekunden, das ist, die meisten, die warten meistens immer, bis sie annehmen. Hast du sowas oft, ja? Ja, ich habe nochmal, ich spiele immer gegen Deutsche und die Chappen meistens. Abonniert, kopiert auf YouTube. Also, wirklich. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Da habe ich mir noch die Demo reingezogen. Da hatten alle schönen Aim-Bot. Junge, jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt habe ich FPS-Lakes. Warum? Das war das letzte Mal, wo ich mit, ich habe mit, ich war im Stream gewesen und, was? Ja, du, das Spiel neu starten am besten. Wenn du, wenn du so, wenn du so FPS-Lakes hast. Ja, genau. Ja, ja, du musst Spiel neu starten. Das ist immer, immer, wenn ich mit irgendwelchen anderen Leuten rede, die irgendwie größer sind, dann fängt immer irgendwas an nicht zu funktionieren. Das letzte Mal bei Montana Black. Danach konnte ich zwei Wochen mein Internet nicht nutzen. Ich weiß, das hat nichts mit dem zu tun. Aber auf einmal war mein Internet scheiße. Und das hat da angefangen. Ab dem Punkt, wir haben uns über Internet unterhalten. Wop! Äh, verworfene Frames. Hm. Da. Ja, ja, ja. Irgendwann werde ich das alles aufdecken. Amen. Internetanbieter stecken alle unter einer Decke. Sowieso. Hä, aber der Mont ist halt echt geil auf Twitter. Ey, der frottet jeden Tag irgendwo davon rein. Das ist so hart. Ja, aber es ist auch einfach Dreck, so wenn man Bock hat zu streamen und man macht einen Speedtest und von der 400k-Leitung kommen erstmal 30 MB Download an und dann, der Upload ist meistens normal. Ja, den geht man auf TeamSpeak und hat 30% Paketverlust, so damit kann man nicht spielen. Ich hatte das aber früher auch und ich hab mir sogar Business-Leitungen bestellt, bei mir war derselbe Scheiß. Aber ich glaub, die können halt auch nichts machen. Das kommt immer drauf an, wo du wohnst. Doch, die können was machen. Die können, die sollen aufhören, ihre Scheiß-Leitung überall zu überbuchen. So, die bieten überall die 400k-Leitungen an und dann, wenn die Kapazität eigentlich erreicht ist, was sie maximal auffangen können an Datenvolumen, machen die einfach weiter. Und dadurch stürzen halt die, die Schaltkästen kommen damit halt nicht klar. Wenn da 30 Leute mit einer 400k-Leitung dran saugen. Ja, das war zum Beispiel bei uns das Problem. Das hat man gemerkt. Wenn in unserer Street, wenn da einige da im Internet waren, da hatte ich dann immer übelst Paketloss und so. Das ist halt, ja. Die bieten das halt für zu viele Leute an. Das ist es. Und die Kapazität ist zu schlecht, ja. Jetzt hab ich halt von so einem regionalen Anbieter so eine 100k-Leitung angeboten bekommen mit 40mbit-Upload. Das ist natürlich mega nice. Jetzt mal gucken. Das ist echt gut. Ich hab die schon mega angemeckert im Telefonsupport. Die können natürlich nicht viel machen, so. Die haben jetzt einen Monat erstattet. Das bringt mir jetzt aber auch nicht viel, wenn es dann halt die Hälfte der Zeit nicht funktioniert. Aber ich wollt grad sagen, also ich mein, die können ja nichts machen. Ich mein, die Kunden haben sie ja. Ich mein, die können jetzt nicht einfach komplett die Straße aufklöppeln und da irgendwie noch eine Leitung reinbomben. Ja. Also das, ja, das ist halt Fail. AVDSL am besten. Dürfen wir halt nicht. Oder Glasbars, aber leider ist es ja in Deutschland null ausgebaut. Lass mal zusammen Fortnite spielen. Junge, was ist denn los? Junge, was ist denn los mit dir? Was bist du mir am Spenden für geben, Alter? Junge. Lass mal zusammen Fortnite spielen. Gut, ich werd jetzt erstmal kein Fortnite mehr spielen. Erstmal, weil ich jetzt hier grad in Counter-Strike bin, aber alter Schwede, danke schon für die Riesenspende. Ich merk mir das aber. Ich werd, ich seh dich ja auch. Ich glaub, ich hab dich sogar abonniert. Ich seh dich ja immer und dann spielen wir irgendwann mal zusammen. Du spielst ja auf dem PC, oder? Ich glaub, du hast auf dem PC gespielt. Das war das, äh, das Besondere gewesen, ja? Du denkst, du kannst mich jetzt holen, aber... So. Aber danke. Ausstärke. So. 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 Ja, true. Lass mal nochmal... Wir können eigentlich nochmal B gehen. Komm Kilian, ich flechte jetzt mal raus. Oder wer ist vorne? Es ist voll süß, wie du mich beim Vornamen nimmst. Ja, Alter. Was soll das Tanzverbot? Tanz... Ja, also irgendwie so Nicknames, das ist immer so. Ist B was? Red mal. Ja, weißt du, weißt du. Hab ich mal gesagt. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich hab A, Alter und ich muss wieder vorrennen mit A. Jetzt komm ich. Ne, Satröste vorne. Jungs, geht doch mal mit raus. Ich bin da draußen. Weil 2 mit D gehitzt. Komm, komm Kante, GB hoch, GB hoch. Fick den, fick den, fick den. Ja, ziehst du hin. Oh, schade, Mann. Das wäre aber fast das Ding. Beide low. Gut verwirfen. Scheiße, wir hätten es halt echt gehabt gerade. Tja, hättet ihr euch einen anderen holen müssen für. Nein. Es ist gut, ja. Ich geh ja gleich wieder. Ernsthaft. Ja, die haben die Bombe, Burak, gell. Na, aber dass die echt so dev spielen, ist krass. Ja. 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 Niemals sterbe ich jetzt. Ist schon recht. Das wie auf meinen Nacken, Burak, wenn du nicht daumen gehst. Äh, wenn du daumen gehst. Oh, oh. Oh, ich hab schon wieder gehintet. Achso, das war der. Ja, das war ein Scheißloch, Alter. Wie er jetzt gerade try-hardet. Man, ihr lebt diesem Scheiß viel zu sehr. Irgendwie jeden, jeden Zentimeter könnt ihr irgendwie beschreiben. Das ist voll. Oh, ne. Ja, aber das kriegt man ja nach ein paar. Also da musst du ja nicht so. Ja, warte mal. Ey, wo bist du? Hier. Ich hab. Gib mir das bitte gleich wieder. Zeig mal. Sag mal, wie gut der ist. Ja, das ist ein VP, Polo. Ja, der ist auch nicht schlecht. Also ich weiß nicht, was er derzeit kostet. Hätt ich gesagt. Musst du nachgucken. Ja, okay. Ich schau mal kurz, das kann er pushen, Nico. Ich kann das mal demnächst ungefähr schreiben. Okay. Danke. Kurz. Ja, short ist oft, short ist oft. Habt ihr lange? Dass er sich umdreht? Führt sich nicht um? Ich hab lange, ja. Alles gut, sorry. Oh, oh. Bitte unten rechts. Er hat das unten kann pushen. Mann, ey, das ist so unlucky, Alter. Wo, Bruder? Unspot, glaube ich, oder? Der ist unten, der ist... Unspot, komm. Der kommt schon oft. Oder ist zurück. Und zittet. Und dann? Und dann? Der unspot nix leider. Was ist mit meinem Auge los? Was ist mit meinem Auge los? Von Biba war 7k wert? Okay. Okay. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Die Autosniper kommt, sass. Da wird das richtige Schadenbeschützt ausgefahren. Ich muss einen holen. Jungs, das lange Rohr wird auch auf B verlegt, Alter. Schau, da bist du schon auf. Ach... Musik. Fass mal auf. 2. Zwei, gecrossst. Katastik kann rein. Guck mal bitte. Ehh... Ja B, jetzt, komm schon. Schöne Waffe, wir haben Zeit, wir haben zweimal gesmoggt, wir müssen jetzt nur chillen bis die Smogs weg sind, dann haben wir B Karasunden ist schon drin, Karasunden kommt hoch, Karasunden kommt hoch Vorsicht, Vorsicht, nein, 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 schön, 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 ich bin blind B, der ist auf, der ist am K, der ist am K, der ist am K und hin, schön, schön, noch einer, ich sag schön oder? K, 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 hilf mir mal, hilf mir mal Ich sag schön, ich weiß nicht, wo? Ah, mit Ruhig, kurz, kurz, ey Okay, Mikro raus, ich mach wieder aus, das war mein Ventilator, den ich an hatte, weil mir irgendwie warm wurde, das ist hier irgendwie 50 Grad drin, Real Talk Ist jetzt clean Guck mal, Karas, ah, Karas hat Kannst, kannst du holen, Remix? Ja, ich hab schon, ich hab schon, ich komm Hier, clean Deck mal einer, Karas, bitte Ich mach Der kann nix Der gibt mir jetzt One-Shut Die Flash war so schlecht und ich hab da nicht reingeguckt Der gibt mir One-Shut Warum, der schreibt Titanic Spielen wir Kabbelzone grad, Jungs? Ja Was? Titanic AWP, wo ist es Titanic? Was ist das? Das ist bestimmt, das ist bestimmt ein langweilter Podest Ich hab keinen Teespawn Wollen wir mal wetten? Safe, 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 safe Der Wichser Ich schnack euch alles zusammen, alter Der steht am Teespawn, Teespawn No real Talk, ich hab danach überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel Das zieht mich grad voll runter, keine Ahnung Also wirklich gar keinen Bock mehr Entweder ich fixe vom Teespawn mittehunden Oder ich fixe von mittehunden oder Teespawn Kannst du Job haben? Ja, du kriegst alles Oh, du kriegst alles Oh, du kriegst Oh, du kriegst alles Lass mal lang gehen Alter Ich hab das Gefühl, die sind niemand gekost Jungs, dann deck mal bitte, deck mal bitte lang ab Ja, mach ich Das kann pushen, Sandro Jungs, wo steht der Typ? Left side, left side, left side Ich flash dir kurz geh mal bitte Flash kommt Kommt halt nicht links Kommt halt nicht links Bruder, seit wann es spielen so die Autos sind einfach Green Apple? Alter, das sieht so kacke aus, alter Jaja Wir nennen ihn mal um in Monopf Doppelapfel Och man ey, das macht keinen Sinn Lass es einfach raus Lass Was? Du bist zu 40 HP Das war der? Der letzte kommt eh kurz oder lang? Kurz lang Es wird shorty Es wird shorty Es wird shorty Shorty Ey, shorty, it's your birthday Ey Ich hab nicht kurz, ich guck nicht Kurz, kurz, kurz Der kommt, der kommt Oh nein, schön Ja! Ey, 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 warte mal, warte mal Okay, so ich Demo-Kontrolle Ja, der Junge Ja, der Junge, den letzten immer mit Deagle One-Click Ja, ja, ja Ja, er macht das aber schon die ganze Zeit Ja, ich weiß Ah, Kinseyware Ja Jawohl Das ist was geupdatet worden Deswegen war sie heute allein im Channel Ja, ja, ja Du bist das immer Jeden Tag Ich muss gleich irgendwie mal Luft reinholen oder sowas Ich bin grad übelst down, keine Ahnung warum Das dürfte eigentlich nicht sein Ja, hör mal Ja, willst du die, hm Hör, willst du die Bombe? Ey Ich kann, hier kriegst du die Bombe Leute, ich bin nicht mehr so gut Bitte glaub mir nicht Also nimmst du mir nicht Übel Hör 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 Ah, Leute ich kann gar nicht mehr Null wiegel das habe ich selber gesehen das war ja die sind halt total game total in diesem game drin dieser bieber boy hat irgendwie über 10.000 stunden in csgo was meinst du wie die da drin sind ich habe ja gar nichts von dem game ich habe ein riesenproblem oh wie konnte ich den verkacken hallo 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 ich bin so blind letzte runde holt man langer am auto mann dieser wixxer wenn du das klatsch ich fahr direkt ich denke bitte mit einem mitspieler ich würde mich sehr sehr freuen noch eine flasche cola auf meinen nacken p danke bruder die habe ich jetzt wirklich gebraucht die anderthalb liter reichen bei mir normalerweise so 30 minuten aber dankeschön wenn ich das nächste mal obwohl wenn ich bei kohle pizza bestellen kriege ich dafür nur eine flasche weil die ja tatsächlich für anderthalb liter cola vier euro haben wollen aber dankeschön für den support danke schlafen und der stream ist immer noch ehrenmann ja man dankeschön für die fünf euro und die übernahme der kosten und ich werde auch noch in den nächsten drei stunden stream du siehst ich bin in optimaler verfassung dies durchzustellen einer bete auf junge was die drücken da ach man doch einer on spot bbb remix ist unhittable und andere usp nehmen ohja also remix wenn du das klatschst gerne mal innen du weißt lass es doch schmecken alter fenster pass auf alter das ist geil damals der stream mit lachflat auf ym war beste herz jajajaja ja man der hat mir auch sehr gefallen also war auch äh der lachflat der war mir sehr sympathisch also auf anhieb jajajaja jajajaja im b vorwärts laufen die klicks es steht 8 zu 8 meine damen und herren 8 und was möchtest du denn damit sagen oh oh nix jaja totes ganz hast du gesehen was ich auf deinen twitter post gepostet äh ja was auch irgendwie kurz 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 durch ok 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 kurz durch 2 3 mom diegel ja guck du da ich mach lang dann steht glaub ich auch tot kommt ist wieder zurück ach man wieso kassier ich immer so du dummer dreckiger ok ich treffe net ähm ich hab justen na roxy dankeschön für einmal cola pizza äh cola ehrenmann ich denk morgen an dich oder übermorgen oder eigentlich will ich ja gar nicht mehr bestellen morgen kommt ja aber mein essen kommt ja erst zwischen 14 und 16 Uhr also voll spät und um 11 kann man bestellen ich glaube ich werde um 11 bestellen weil ich ich habe übel zu hoch ach das ist scheiße wenn man frisst und und eh schon so leicht angeschlagen ist dann wird man noch müder wegen der verdauung ich kann sie wieder instant alter Ich wurde geleakt oder was soll ich machen? Es wird B, Jungs B, 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 B Äh Achso So geht das Ich weiß nicht mal, wer du bist So, warum wurde es so geleakt Also ich weiß, ich weiß, dass du hier schon öfters im Stream warst und auch gespendet hast Aber ich weiß trotzdem nicht auf YouTube, wer du bist Du kannst jetzt einfach einen Klick in deinen Kopf Alter, ist das geil! Wie wird Cola geschrieben oder was? Wenn du zwei Tickets für Benzin bezahlst, ist es safe Alter, ist das geil! Wenn du zwei Tickets für Benzin bezahlst, hä? Können dir Koffeintabletten Nein, Mann, das fickt mein Körper noch mehr, als es jetzt schon macht Dankeschön für die Spenden, Dankeschön für die 10 Euro jetzt schon Und die Übernahme der Kosten Hattest du auf meine Doni geantwortet? Hä? Ja, kann sein, dass ich es getan habe Jetzt bin ich über... Oh Mann, Alter! Ja, klar! Guck mal, wer versucht hat mich zu trollen Das gibt's nicht, Kinder Ey, wenn ich jetzt Mitte nicht einen hole, dann spuckst du... Ne, ich mein... Dann spuck ich dich an, ja! Weißt du, was dann passiert mit uns, hä? Ich geh mal direkt B über... Ich hab ihn, ich hab ihn schon, chill! Kommt er! Kommt er! Ja! Ja! Ja!